Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsböcker der Welt und auch herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und mal sehen, was uns diesmal der Hund auf den Teppich gemacht hat. Es geht mal wieder um unseren neuen besten Freund Julian Zietlow und ein sehr ernstes Thema, was ich sehr wichtig finde und was man hier nochmal besprechen sollte. Da hatten wir hier und da auch schon mal in Videos drin, aber ich denke mal so ein einzelnes Video wäre nochmal ganz wichtig, um das hier auch nochmal aufzubereiten. Denn es geht jetzt um die Privatsphäre von den Kindern, die sich ja noch nicht wehren können, die auch gar nicht merken oder wissen können, was im Internet so abgeht oder diese Tragweite noch gar nicht verstehen. Die das dann vielleicht zum Teil auch sogar lustig für mit dem Papa da irgendwie ein paar Videos zu machen oder ein paar Fotos von sich. Nein, die wissen natürlich nicht, dass die in gewissen Foren dadurch landen könnten oder schon abgespeichert sind von irgendwelchen Leuten, die sich dann ja dran verlustieren und Co. Ja, beziehungsweise im schlimmsten Fall den Kindern da sogar nachstellen. Ja, Berlin ist auch ein Dorf und wenn man sich da ein bisschen erkundigt, weiß man, wo die Kinder zur Schule gehen und Co. Und das muss natürlich nicht sein, wenn man die Kinder öffentlich zeigt, geht man ein enormes Risiko ein als Influencer. Und das machen sehr viele unabsichtlich, weil sie sich nichts Böses bei denken. Andere sind schon ganz klar auf dem Weg dorthin, sich damit schuldig zu machen. Und das ist bei Julian Zietlow der Fall und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig. Was macht man jetzt überhaupt, wenn der eine Elternteil eigentlich sehr krass darauf geachtet hat und gesagt hat, nee, ich zeige die Kinder nicht. Und auch vor einigen Jahren gab es ein YouTube-Video von Alina und auch Julian Zietlow. Das hatte ich auch in meiner Instagram-Story, also folgt mir gerne bei Instagram. Da gibt es immer noch zusätzlichen Content, auch schon mal drüber berichtet. Und da hatte ich dann quasi auch das für euch mal abgefilmt und euch gezeigt, was Julian da noch zu sagen hatte zu der ganzen Situation rund um die Kids und warum er Lilly nicht öffentlich zeigen möchte. Und der hat da auch ganz bewusst die Dinge aufgezählt, die wir hier auch wieder und wieder besprochen haben. Und was jetzt in den letzten Monaten sich da erinnert haben könnte, ich weiß es nicht, aber es ist wirklich unfassbar traurig und für die Kinder halt auch nicht mehr wieder gut zu machen. Denn es ist jetzt passiert, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Er spricht da immer von vermeintlichen Realitäten, die ja nicht seine seien und die Kinder seien doch glücklich. Ja, aber ob die das dann so toll finden, wenn sie mit 14, 15 diese alten Bilder online noch finden, beziehungsweise auch wissen, was gewisse Kinderfreunde damit machen, gemacht haben mit irgendwelchen Bikini-Fotos. Oder auch die Kleine war teilweise komplett nicht begleitet, bekleidet, bekleidet, schwieriges Wort. Und wo man auch sagt, oh Mann, schwierig. Und da gibt es auch einige Postings, ja, ich zensiere hier die Kleine mal wieder, was ich mit euch immer durchgehen wollte von den Usern. Das Posting ist jetzt drei Tage alt, das ist einfach nur mal als Beispiel. Ich weiß auch nicht, was Alina dazu sagt, das wird ja auch gefragt, aber gehen wir mal durch. Finde ich respektlos gegenüber dem anderen Elternteil, wenn derjenige nicht möchte, dass die Kinder am Internet vorgeführt werden. Zudem gibt es auch den Aspekt der Sicherheit, dass Kinder privatsverhalten sollten, was wenn jemand mal den Kindern auflauert. Und das ist ein ganz ernstes Thema, ja, was ich ja auch nochmal mit euch durchspreche, ja, dann gibt es ein weiteres Posting. Sie ist ein bildhübsches Mädchen, ich kann nicht verstehen, dass du sie zeigen möchtest, ja, das kann jeder Elternteil oder jeder Mensch verstehen, dass man natürlich auch stolz auf seine Kinder ist. Also man sollte natürlich schon aufpassen. Dennoch solltest du dies einfach unterlassen. Kinder haben unzensiert einfach nicht auf einer Plattform für Erwachsene zu suchen. Ich bin froh, dass es keine Kinderfotos von mir online gibt, absolut. Dann geht es hier weiter, der lebt einfach sein Leben und scheißt auf die Meinung anderer. Ob alles richtig ist, was er macht, sei mal dahingestellt, aber er genießt es einfach, ja, das ist natürlich auch sehr einfach. Sich das dann sozusagen, mich wundert es dann immer, dass es dann auch immer relativ viele Likes hat, ja, so ganz einfache Meinung. Und null hinterfragen und da merkt man halt auch, wie sind die Leute schon teilweise sehr einfach gestrickt. Ähm, 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 dann geht es hier weiter. Was sagt Alina dazu eigentlich? Ähm, das ist halt auch eine ganz wichtige Frage. Die schweigt ja mehr oder weniger und dann gibt es hier noch ein Posting, ähm, was ich einfach mal vorlese. Und ich glaube, da hat Julian wohl ein Lieblingskind, wundert mich nicht. Die Kleine weiß wahrscheinlich noch nicht mal, wer er ist. Er war ein halbes Leben in Thailand. Ja, das finde ich dann auch immer ein bisschen fies, aber könnt ihr ja mal eure Meinung zu sagen, wie ihr das seht. Auf jeden Fall merkt man bei den auch Zuschauern oder Followern von Julian Ziedlow, dass sich da viele Gedanken machen. Und da bin ich noch auf eure Meinung gespannt. Ich glaube, wir sprechen hier eine relativ ähnliche Sprache. Und ich glaube, wir können alle verstehen, dass man als Elternteil auch stolz auf die Kinder ist und die auch gerne der Welt zeigen würde. Also, wenn es jetzt nichts Böses gäbe, ja, so ganz naiv gesagt, dass man einfach nur die Kinder mal zeigt, ja, und sagt, hallo, das sind hier meine Kinder, ich bin stolz auf sie und was weiß ich, ja. Alles gut und schön, aber wenn man eigentlich weiß, und das weiß Julian Ziedlow, was im Internet so abgeht und er sogar mit Alina, ähm, ein Video, ähm, mal gemacht hat. Und ich versuche das mal zu finden für euch, äh, ich will mit dem Urheberrecht hier kein Problem haben. Allerdings, ähm, denke ich, wäre es vielleicht nochmal ganz gut, dass ich euch das hier einfach mal vorspiele und das hier mal für euch suche und das mit euch hier mal durchgehe, dass ihr alles live, damit ihr überhaupt wisst, über was ich hier rede. Ich hoffe, ich finde das jetzt hier überhaupt noch. Ähm, hm, 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 hm. Da war das das andere Handy. Das ist immer das Problem, wenn man zwei Telefone hat. Aber ich denke, das wäre vielleicht nochmal ganz interessant, das hier abzuschieben. Ich will mal das nicht extra ins Video machen, weil ich Angst habe wegen dem Urheberrecht, dass der mir dann hier noch blöd kommt. Ähm, hm. Aber hier, hier gibt's das, genau. Und das spiele ich immer für euch ab. Wie hart haben wir es jetzt? Wie werden wir es vielleicht aber auch später, also in Zukunft machen? Und, ähm, ja, du kannst ja auch mal sagen, vielleicht, warum haben wir uns entschieden, Lilly nicht zu zeigen? Also, der Grund damals, äh, war, äh, vielfältig. Zum einen, ähm, ja, würde ich, egal, ob ich jetzt in der Öffentlichkeit stehe oder nicht, darüber nachdenken, generell mein Kind zu zeigen. Ähm, ich weiß nicht, was für crazy Menschen da draußen rumlaufen und, äh, wer auf den einen oder anderen falschen Gedanken kommt, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich weiß, wie es ist als Influencer. Man probiert natürlich auch hier und da eine Situation, zum Beispiel bei Bildern, zu erschaffen. Das heißt also, ähm, wenn ich ein geiles Bild für Instagram haben will, dann mach ich irgendeine coole Pose, seh, dass die Pose cool ist und, äh, mach diese Pose dann öfter. Und wenn man das mit einem Kind hat, ähm, dann, was zieht immer? Äh, äh, Kinder, Tiere, äh, Titten und Tote, sagt man immer in der, in der... Ja, das hast du mal jetzt kurz gesagt. Und der sagt, spricht ja durchaus intelligent. Er ist ja auch jetzt kein Blödmal, ne? Er hat ja auch einiges da mit seinem Unternehmen, äh, bewerkstelligt. Und, ähm, ich finde es sehr krass, dass er da auch aufzählt, was da alles schiefläuft und auch dieses Vorführen, ne? Und bei dem Kind dann was rauslocken, ja, mach mal das, was kommt noch besser an, ist ja auch schon krass. Aber wirklich dann halt die Leute, die drumherum, ähm, auf solche Bilder gerade auch scharf sind. Und der weiß das und weiß auch, was die da machen mit. Und, und wie gesagt, äh, das sollte ja eigentlich nicht zur Realität werden, ja, äh, um in seiner Sprache zu sprechen. Und ich glaube nicht, dass die Kleinen das dann in Zukunft cool finden. Ja, und, äh, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch schafft, ihn damit zu erreichen, aber vielleicht schafft man das mit diesem kleinen Video. Und, ja, das war es mir jetzt nochmal ganz wichtig, ähm, weil mir das jetzt die letzten Tage dann doch aufgefallen ist, dass das sehr massiv, ähm, im Prinzip jeder weiß, wie die Tochter ausschaut. Ja, man braucht ja nur noch die Schule rausfinden. Wenn man sich da reinsteigert, ja, dann geht das manchmal ganz schnell und, ähm, da bringt man seine eigenen Lieben in Gefahr. Und das muss ja nur nicht sein, ja, finde ich. Gerade, wenn man das eigentlich auch weiß oder wusste, na, was da so abgeht, ja, Unwissenheit, äh, könnte man ja noch aufklären, aber so ist das natürlich noch viel krasser eigentlich, ja. Das soll es dann für heute gewesen sein. Lasst für mehr auf jeden Fall gerne ein kostenloses Abo da. Schlagt mir gerne auch andere Themen vor. Bin jetzt auch kurz so am Rumsuchen, was man jetzt im Sommerloch noch für andere Themen für euch rausknallen kann. Und ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.